Für den Erfolg eines Unternehmens ist vor allem die lokale Infrastruktur entscheidend. Stichworte sind hier Erreichbarkeit und Service. Mit dem IDC, dem Industriedienstleistungscenter, haben wir ein stimmiges Gesamtkonzept entwickelt, welches Ihnen entscheidende Vorteile bietet. Und das nicht erst seit gestern. Seit 1996 nutzen namhafte Unternehmen unseren Service zu ihrem Vorteil. Unsere strategisch günstige Lage ist Ihr Standortvorteil. Das IDC in Remscheid liegt mitten in Nordrhein-Westfalen, zwischen den großen Städten Köln, Düsseldorf, Essen und Dortmund. Es liegt direkt an der Bundesautobahn A1, der wichtigsten Nord-Süd-Achse im Land. Zwei große Bundesstraßen, die B51 und die B229, sind unsere schnellen Zubringer. Vom IDC erreichen Sie die Großflughäfen Köln und Düsseldorf sowie Dortmund und Mönchengladbach in weniger als einer Stunde. Unsere Flexibilität ist Ihr Innovationsvorteil. Denn unser variables Flächenmanagement ermöglicht jede gewünschte Kombination aus Produktions- und Büroflächen. Das IDC-Gelände erstreckt sich auf 220.000 Quadratmetern. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen von Vorteil, etwa 70 Prozent unserer Gesamtfläche ist für Gebäude vorgesehen. Unsere eigene Tankstelle ist Ihr Preisvorteil. Denn IDC-Mieter erhalten bei uns Sonderkonditionen. Selbstverständlich tanken sie bargeldlos mit Karte. Unsere Visitenkarte ist der Empfangsservice am Haupteingang. Während der normalen Geschäftszeiten kümmert sich unser sympathisches, freundliches Personal um Ihren Besuch. Die helle Empfangshalle ist der Wartesaal für Ihre Kundschaft. Wir garantieren Ihnen maximale Sicherheit und Ordnung durch unseren Werkschutz. Denn wir lassen das IDC keine Sekunde aus den Augen. An 365 Tagen wird das IDC rund um die Uhr durch einen Sicherheitsdienst bewacht. Ob Sanitätsdienst oder werksärztlicher Dienst, unterstützt durch externe Ärzte, bietet das IDC Ihnen den kompletten Service. Gesetzlich vorgeschriebene arbeitsmedizinische Untersuchungen werden ebenso wie für Auslandsreisen notwendige Impfungen direkt vor Ort durchgeführt. Hierdurch schaffen wir die Voraussetzungen für eine optimale Versorgung Ihrer Mitarbeiter bei kürzesten Ausfallzeiten. Unser Speisesaal ist Ihre erste Adresse für Jubiläen, Betriebsversammlungen oder Feiern aller Art. Bis zu 360 Gäste können sich durch unser Catering-Team kulinarisch verwöhnen lassen. Für das leibliche Wohl Ihrer Mitarbeiter ist gesorgt. In unserer Kantine servieren wir täglich 300 Mittagessen. In unserem eigenen exklusiven Gäste-Casino halten wir unterschiedlich große Räume für Sie bereit. Alle Räume sind selbstverständlich mit modernster Medientechnik ausgestattet. Unser Energiekonzept ist Ihre Produktionsgarantie. Der Hunger nach Energie ist vor allem im produzierenden Gewerbe enorm. Deshalb ist die IDC-Energieversorgung mehrfach abgesichert. Zwei getrennte Schaltstationen speisen den Strom aus dem öffentlichen Netz mit einer verfügbaren Leistung von 12.000 kV Ampere in unser internes Ringleitungsnetz ein. Seit Jahren bewirtschaften wir erfolgreich eine Fläche von 150.000 Quadratmetern und beraten auch Sie gerne. Unser Service ist Ihre Erfolgsgarantie. Im IDC finden Sie ein Serviceangebot, das Ihnen den Rücken frei hält für Ihr wirtschaftliches Wachstum. Warten Sie auf Handwerker? Im IDC kein Thema. Im am Standort eigenen Handwerkerzentrum sind Zweigstellen führende Handwerksbetriebe aus der Umgebung angesiedelt. Elektriker, Schlosser – immer sofort vor Ort. Das ist das Erfolgsmodell des IDC. Sie konzentrieren sich auf Ihr Kerngeschäft. Wir kümmern uns um alles andere.